So was geht Leute, mein Name lautet D-D-D-D-D-D-N-I-P-B-B-B-B-N-I-C Willkommen zu einem neuten Part von Road to Commander, das ist jetzt hier der dritte Part Wer die ersten zwei Parts nicht gesehen hat, sollte sie auschecken Und ja, wir sind im Moment Level 12 Und unsere Ziele, beziehungsweise meine Ziele im Moment Sind eigentlich für die SWAT ein Schaft freizuschalten Denn mit Schaft bin ich unbesiegbar, werdet ihr aber auch noch sehen Und zwar kann man sich dadurch, wenn ihr zielt, schneller bewegen Aber sollten die meisten von euch wissen, weil die meisten von uns ja Black Ops Fans sind Und ja, erstmal werden wir versuchen Schaft zu bekommen Und dann können wir uns erstmal darum kümmern, auch noch andere Waffen freizuschalten Andere Spielmodi zu spielen und so weiter und so fort Aber wisst ihr was, ich werde mich jetzt sowieso für einen anderen Spielmodi entscheiden Nicht immer Team Deathmatch Ich denke aber, erstmal werde ich gezwungen sein Team Deathmatch zu spielen Und wo das Ganze liegt, kann ich euch ganz einfach erklären Und zwar ist im Moment das Wetter extrem schön Und viele, viele Leute sind draußen Bis ich jetzt eine Lobby finden würde In Abschluss bestätigt Das würde eine ziemlich lange Zeit dauern Weil, ähm, da spiele ich ja nicht mehr das neueste Call of Duty Und da spielen nicht mehr die meisten Leute Ähm, deswegen findet man nicht bei jedem Spielmodus immer eine Lobby gleich Gut, los geht's Übrigens, sehr schönes Wetter Einfach so spontan kam das Wetter irgendwie Und, äh, ja Jetzt wird erstmal kurz geraped Okay, ich mag die Map eigentlich ganz gerne So richtig cool die Map Beste Map ever So einfach die beste Map ever, ja, definitiv Oh shit, Alter Das kommt davon, wenn man länger nicht mehr Was heißt, länger nicht mehr Ein Tag Okay Ein paar Stunden Nicht mehr spielt Ich bin's halt nicht gewohnt, nicht zu spielen Sollt ihr alle wissen Wo sind die jetzt? Ich kann das jetzt gar nicht einschätzen Ich schätze ihn aber links Die müssen eigentlich Okay, mein Team hat aber einen richtig geilen Job, Alter Zumindest besser als ich gerade Wo sind die? Wo sind die? Wo sind die? Die müssen hier sein, die müssen hier sein Die müssten alle hier sein Nein! Oh mein Gott, keinen einzigen Kill Ernsthaft? Ernsthaft jetzt? Da ist einer Oh mein Gott, mein Aiming Ich weiß gar nicht, was los ist, Alter Ich schäme mich gerade extrem für Da ist jemand, da ist jemand Der muss da kommen, der muss da lang kommen Okay, den haben wir bekommen Die spawnen jetzt alle dort, die spawnen alle dort Nein, der wurde mir geklaut, du scheiß Dieb Lernst spielen, Team Night Oh, da ist jemand Oh mein Gott, ich hab das Problem mit meinem Aiming gerade Ähm, okay, die spawnen jetzt alle dort Oh mein Gott, oh Oh, hätte ich Warte mal Irgendwas stimmt gerade gar nicht Irgendwas stimmt gerade gar nicht Mein Controller ist auf Droge Er hat zu viel Drogen genommen Daran liegt es Einen Moment mal Ja, ich spiele immer auf 4 normalerweise Ich bin der Fan von Empfindlichkeit 4 Das ist zwar eine Ausrede jetzt, aber Ich brauche hier Ausreden Immer wenn, merkt euch das Immer wenn ich schlecht bin Gerade Da brauche ich immer eine Ausrede Wieso ich schlecht bin Ich will nicht akzeptieren Ich würde niemals akzeptieren, was ich schlecht spiele in dem Moment Obwohl, doch ich spiele ein Geschlecht in dem Moment Da muss jemand sein Da kommt gleich einer 100%ig Okay, der kämpft da Ich hoffe, du kämpfst, du Pisser Lernst spielen, Alter Hinter Drohne Kill ihn Kill ihn Nein, 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 der ist seiner Er ist selber Wieso killt er ihn nicht? Ah Okay, einer kämpft da im Haus Einer kämpft da im Haus Okay, wir bekommen Ich komme kein Teammate von ihm Und wir haben Blitzschlag Wir haben Blitzschlag Ich habe leider noch nicht die größten Killstreaks Weil Easy Triple Kill Aber ich mag es immer Wenn man Triple Kill mit diesem Blitzschlag bekommt Weil es einfach so Easy Kills sind Die man einfach so geschenkt bekommt Meistens Man guckt quasi kurz auf die Map Und Okay, hinter mir sind jetzt welche Deswegen werde ich erstmal Nein Shit, ich wusste es Ganz genau, Alter Das pisst mich mal an Wenn ich mich gerade umdehnen wollte Ich würde euch auch empfehlen Nicht auf so einer hohen Empfindlichkeit gleich zu spielen Weil Eine hohe Empfindlichkeit ist immer so ein Ding Oh mein Gott Wisst ihr was Ich weiß zwar Dass ich nicht so gut bin auf 6 Aber allerdings Ich kann mich einfach nicht so schnell bewegen Nicht so schnell bewegen Und jetzt werde ich Probleme haben Auf Nahkampfdistanzen Ne, auf Fernkampfdistanzen Habe ich Probleme mit einer höheren Empfindlichkeit Ich bin eigentlich auf die Empfindlichkeit 4 eingestellt Ich weiß zwar nicht auf welche Empfindlichkeit ihr schon spielt Könnt ihr mir gerne in den Kommentaren schreiben Oh mein Gott Ich bin so schlecht gerade Dafür gibt es ein 2 Stunden Part, Alter Für diese Schlechtheit Ich schäme mich extrem dafür gerade Extrem peinlich, Alter Oh 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 Ah Diese Gegner, Alter Na, wenigstens gewinnen wir Ich hab ein 13 zu 7 Oh mein Gott Ich Ein Geheimnis noch Und zwar bin ich Abends immer besser als morgens Na, was ist morgens Ist es gerade 16 Uhr 7 Ich weiß nicht, wieso Aber abends kann ich einfach besser spielen Ich weiß, wo denn das Geheimnis liegt Abends ist einfach ein besserer Tag Da ist einer Er kommt gleich da lang 100%ig 100% Teammate Teammate, pass auf Ja, der ist der schlauste Gegner der Welt Schlauste Gegner der Welt Oh Da ist einer Oh man, du Pisser Pisser, Alter Oh mein Gott Ey, wenn man sich immer auffregt Das zeigt einfach nur, dass man mit Leidenschaft spielt Und da ich ein leidenschaftlicher Zocker bin Ist die Leidenschaft leider zu groß Und dominiert immer Sodass ab und zu mal Geschrei kommen kann Na, lass mal Teamate in Ruhe Lass mal Teamate in Ruhe Du Pisser Oh nein, 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 nein Oh mein Gott Diese scheiße Zipieren, ne Ach Okay, das Spiel läuft nicht so gut für mich Ich schätze mal, aber das liegt daran Ähm Weil ich mich ja auch nicht warm spielen kann Oder sowas Weil Wenn ich mich warm spiele Dann steige ich meistens ein Level auf Und das ist dann Oh, ich dachte, das war mein Teammate Guck mal, mein Teammate steht da Mein Teammate stand da einfach Hat zugesehen, wie ich sterbe Hat dann auch wahrscheinlich gelacht oder so Dass hier einer langkommt War natürlich klar Easy Danke für den ganzen Kill Oh oh Okay, die kommen jetzt von hier Definitiv, weil die denken, die sind schlau Und können flankieren und sowas, ne Aber können die nicht Weil die zu blöd sind Oh, da ist einer Sniper Easy Aber das war kein Sniper, oder? Irgendwie respektiere ich die Sniper nicht Obwohl die eigentlich die sind Die einen will mal killen So Okay, da sind viele, 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 viele Oh mein Gott Komm schon Nein Oh Meine Nase hat gejuckt Oh, scheiß Nase Hör auf zu jucken Puh, wir haben wenigstens gewonnen Äh, mein Ziel ist es immer so viel zu gewinnen Wie möglich Hm Ja Cooler Kill, ne So richtig gut, ey Kann man ja nichts sagen, ne Ja Auf jeden Fall Richtig cooler Kill, ja Okay, ich denke Es wird Zeit Um einen Druffer mal zu nehmen Oder haben wir schon Schaft freigeschaltet? Level 13 sind wir bereits Und wir haben extra 3 Gears Vor der Griff Wir haben alles einfach Wir sind einfach die Besten der Welt So Wir nehmen jetzt Was nehmen wir denn? Okay, die Klasse lassen wir unverändert Obwohl wir haben jetzt vor der Griff freigeschaltet Schnell ziehen Hm Das ist immer ultra schwer Ich denke aber, wir machen das so Dass wir Ja Ja Wir machen das so Es ist immer ein bisschen schwer zu sagen Weil Ich persönlich muss sagen, ne Dass ich schon gerne schneller nachlade Ne Aber Naja, ihr wisst Bescheid So, ne Hm Ja Oh, ich hab immer noch keine Waffen Ab Level 22 hab ich die Hab ich ab Kann ich auch mal mit einer Stoffflash spielen Wenn ihr wollt Und das Spiel beginnt jetzt Ich sollte mal vielleicht die LSAT benutzen Ich glaube auch ziemlich gut Yeah Die Musik ist die beste auf der Welt Auch wenn ihr es nicht glaubt Amsterdam Niederlande Okay Okay, es wird Zeit zu rapen Mit welcher Waffe sollen wir rapen? Ich nehme mal die MP7 Team Deathmatch Ich, äh Es gibt so ein, äh Richtig, so eine richtig geile Tarnung Die ist so blau irgendwie So richtig geil sieht sie aus Den will ich unbedingt haben Okay, ich werde jetzt flankieren Ich liebe es flankieren Immer ganz gerne Ne, das ist so mein Hobby So flankieren und sowas Mach ich immer voll gerne So jeden Tag immer Ne, ganz genau Macht Spaß Wo sind die alle? Ich finde Da ist einer Ja Kein schlechter Frühstück sehen Nächstes Mal klappt Ja Auf jeden Fall Die Wand ist auf jeden Fall Die Wand halt schuld Alter, du hast mich getroffen Respekt, Digga Wow Alter, die scheiße Z4, Alter Ich sollte auch Z4 nehmen Ich frage mich, wann ich das freigeschaltet habe Gutes Aiming Auf jeden Fall Hm Oh mein Gott Das war Oh, ich habe ihn sogar getroffen Das war echt peinlich Also ich muss sagen Diese Folge ist nicht so gut Aber ich schätze mal Ähm Das muss man ab und zu mal erwarten Dass es auch Erfolgen gibt Die, ne Genau Das wollte ich sagen Die schlechte sind das andere zum Beispiel Zum Beispiel Wenn es mal nicht so läuft Oder sowas Es gibt auch Tage Da läuft es einfach nicht so gut Obwohl, ne Was sehe ich da eigentlich Weil mir läuft ja jeder Tag eigentlich Okay, da muss jemand sein Da ist jemand Hier kommt nicht spawnen Da alle Die spawnen da alle Hier wahrscheinlich Okay Oh, 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 oh Ich habe dich gesehen Sniper Versuch gar nicht Es mich zu verarschen Und da wird ein Angesiffen Lassen mein teammate in Ruhe Was sollte das werden Er wollte mit dem Boden kuscheln Ich wusste es Der Boden liebt ihn aber nicht Genau wie niemand Niemand liebt ihn quasi Ich meine, wer liebt ihn schon Ich habe jetzt Angst Dass einer von hinten kommt Ich gebe jetzt einfach Voll das Risiko ein Nein, nein, nein Oh mein Gott War es knapp War es knapp Hunter Killer, Hunter Killer Da kommen Leute Da kommen Leute raus Nein Fucker, Alter Hunter Killer Drohne eingesetzt Okay De-Mate Ich habe deinen Ars gelettet Oh mein Gott De-Mate Bist du nicht in der Lage Den zu killen Ist das denn zu schwer Einfach zwei Köpfe Knöpfe zu drücken Von rechts kommt gleich einer Deswegen beeile ich mich schnell Weil der Sniper nicht erwartet Der ist einfach dumm Der Sniper ist einfach dumm Es gibt keinen dümmeren Sniper Als ihn Da ist einer Spring Gut gemacht, die Mate Ich bin stolz auf dich Ich kriege es einen Keks Nein, nein, nein Ah, shit Kennt ihr das Wie die Nase juckt Ich kratze meine Nase immer so Ganz speziell, wisst ihr So wie es coole Leute machen Die kommen alle hier lang Das ist ein ziemlich populärer Spot Also immer schön reinzoomen Wenn ihr um Ecken geht Ihr wisst Bescheid Oh shit, Alter Sind wir am Gewinn? Ja, wir sind am Gewinn Immer wenn ich im Team bin Sind wir am Gewinn Ich finde EP7 aber am PC besser Muss ich sagen Ich habe das Gefühl hier Egal, ich habe dir gesagt Der Boden liebt dich nicht Keiner liebt dich Er kuschelt die ganze Zeit Mit dem Boden Was soll ich dazu sagen Außer Gay Schon wieder ein Gegner Und da ist noch einer Danke für den Kill Easy Locker Flock ich aufs Hüfte Nein Shit, Alter Ja Nicht schlecht, ne Du bist schon ein guter Sniper Auf jeden Fall Ja Auf jeden Fall Respekt, ey Hm Oh mein Gott Immer muss jemand irgendwo sein Immer Ich glaube ich nehme gleich Ich nehme heute Abend Mehrere Parts auf Weil Ich will ja immer Regelmäßig hochladen Ich versuche mir jetzt anzueignen Immer regelmäßig hochzuladen Weil ich bin ziemlich unzuverlässig Das muss ich auf jeden Fall ändern Tut mir auch immer leid Äh nö Muss ich ja so sagen Auf jeden Fall tut mir voll leid Und so Hm Joa Er war auf Reise Er wollte reisen In ein anderes Land Er wollte in die Antarktis Allerdings wollten ihn die einen Bewohner nicht Ich habe ihn erschossen Ich gehe gleich Ich gehe da irgendwo lang Irgendwo wo ich denke Dass die Gegner sind Aber Ich finde keine Gegner Die verstecken sich alle Die spielen Fangen mich Fangen mich doch Wenn du kannst Okay Längst Und da ist einer Will jetzt mein teammate killen Ich wünsche ich könnte ihm Bescheid sagen Teamate keine Panik Ich bin auf dem Weg Siehst du ich habe dich gerecht Sag jetzt ganz lieb Danke Ein Ding Immer wieder Ich kille gerne Menschen Oh dieser Ort ist gar nicht gut für mich Ne Der ist gar nicht gut für mich Ich fühle mich hier nicht so gut Team Ah Donner Mama mia Son of a beach Oh da ist ein Auto Oh oh Du bist doch mein Okay Oh er mag die Stange Das Auto Oh wir haben gewonnen Ja 20 zu 8 2,5er KD Also wenn ich das so halten würde Das ist total easy eigentlich Das einfachste was es gibt Da frage ich die Leute immer Wie leicht es ist es eigentlich Eine 3er KD zu bekommen Ja Auf jeden Fall eine sehr gute Killcamp Weil vor allem weil ich nicht so gut spiele heute Kann ja auch mal passieren Werde ich noch ein Spiel machen Ich weiß zwar nicht wie lange ich jetzt aufnehme Ja auf jeden Fall Noch ein Spiel geht auf jeden Fall rein Rein Und ja auf jeden Fall kann man sich mal gönnen und sowas Noch ein Spiel auf jeden Fall Dieses Mal spielen wir wieder mit der SWAT Auf der Map Dick Weil diese Map einfach die beste ever ist Übrigens Den Loadstar werde ich benutzen Wenn ich Den Orbitarsatellit freigeschaltet habe Aber vorher benutze ich jetzt mal die niedrigen Killstreaks Mir persönlich macht das sehr viel Spaß Mit niedrigen Killstreaks zu spielen Weil Ja ist auf jeden Fall cool ne Muss ich ja so sagen Ich kann mir ja schon mal eine Stupfungkasse machen Dann aber mit der B2-3 Weil das ist eine ziemlich gute lange Distanzwaffe Genau Jo ne Und jetzt beginnt wieder ein Spiel Und ja wir spielen auf Turbine Nicht meine persönliche nicht gerade Lieblingsmap Weil Wieso eigentlich Sie ist zu groß Ich finde für Bodenangriff ist die perfekt Und meine Nase juckt heute so Kennt ihr das? Nein Au Okay das Spiel ist auf Droge Ja Was zum Turbine so lag das so? Okay nehmen wir Die war für Es lag so irgendwie Habt ihr das gesehen? Diese Tarnung Diese Tarnung meine ich Die auf dem Rücken hat Auf jeden Fall cooler Sniper ne? Richtig cooler Sniper Muss man ja so sagen Da kommt einer Da kommt einer Ja damit hat er nicht gerechnet Dann hast du eine SWAT mit Habe Alter Ich hab eine SWAT mit Digga SWAT alter Bam Nahkampf tot Lass mich hoch Schnell los Schnell 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 Der erwartet das nicht Der erwartet das nicht Ich wusste das erst nicht Wartet Da kommt einer Da kommt einer rein 100% 100% Von links aber oder? Entweder von da Oder von Hier Niemals von hier oder? Aber wieso sehe ich da Auf der Karte welche? Also diese Map Ist definitiv Oh nein meine Nase Meine Nase Meine Nase Meine Nase Oh mein Gott Meine Nase Alter ich konnte nicht Ich hasse das so ne? Meine Nase juckt alter In dem unpassendsten Moment ever Und natürlich geht natürlich Das hat die Nase immer vorrang ne? Vor der KD natürlich Da kann jetzt mal passieren Dass man ab und zu mal reinkackt Und sowas Ihr wisst Bescheid Links ist neben mir einer Spring spring Erfieh mich nicht Nein Nein Pisst mich das an alter Oh mein Gott Weil ich weiß Ich könnte wesentlich besser spielen Wesentlich Den hätte ich viel schneller killen müssen Wisst ihr? Guck mal Oder das Was ist das? Von wo? Natürlich Cool Auf jeden Fall Unsichtbar oder was? Unsichtbarkeitshack benutzt er Feindliche Drohne Soll ich jetzt Angst haben oder was? Wo ist er? Komm her Zeig dich Zeig dich Komm schon Ja natürlich Ist gut gemacht Auf jeden Fall Guter Spieler Muss man ja so sagen Ja Also diese Map ist wirklich nicht so meine Ja Bis dann teammate Rip Ich kann hier eigentlich nur bleiben Weil die warten auf uns Aber wisst ihr was? Wir pushen jetzt einfach mal Wir pushen Und von hier oben kommt auch einer 100%ig Nein Diese Waffe im Nahkampf irgendwie Ich fühle mich ultra unsicher mit der Eigentlich zwar nicht Aber Im Moment fühle ich mich ziemlich unsicher Weil mein Aiming gerade nicht so besonders Oh Verbindung zum Host Uh Jetzt bin ich aufgeregt Natürlich Vielleicht werde ich host Vielleicht wird jemand anders host Vielleicht wirst du host Vielleicht bist du der host Wer weiß Keiner weiß das Das ist ein Geheimnis Was würdest du machen Wenn ich dich jetzt küssen würde Basti Wird es gefallen Ich weiß doch Moment man Wieso stand ich gerade wieder auf Ich meine ich wusste Dass ich ihn kille Aber wieso bin ich wieder aufgestanden Es ist unglaublich Alter Es ist unglaublich 10 zu 5 Auf jeden Fall Respekt score Auf jeden Fall Auf jeden Fall weiß ich Dass wir die da spawnen Jetzt gerade Oh da kommt einer Von hinten Von links Von rechts Mann Dein Scheiß Gestern wurde ich übrigens gefragt Ob ich mich beim Spielen eigentlich aufrege Also ob ich aggressiv werde Wenn ich Videospiele spiele Also die Antwort ist definitiv klar jetzt Ne eigentlich nicht so Eigentlich nicht so ne Nicht so oft zumindest Ich bin leider gezwungen Im Moment Bisschen defensiver zu spielen Weil ich Ähm Ziemlich schlechter Der Spieler Muss ich ehrlich zugeben Und das Ding ist Ich will meine KD Nicht so kaputt machen Oder sowas Der drüber natürlich auch Drogen genommen Wie kann man auf so einer Map Mit so einer Waffe spielen Schon auf dieser Distanz Ist er schon gefickt Ja komm mit deinem C4 Alter Heirate doch dein C4 Natürlich Von hinten Von links Von rechts Alter Ich kann es nicht nachvollziehen Alter Wo diese Spawns hier Die sind ultra auf Drogen Alter Die haben schon wieder zu viele Drogen vertickt Oh da ist ein fliegendes Ding Flieg ruhig Sei frei Such dir eine Familie Such dir ein Leben Oh da ist einer Da ist einer Oh der konnte fliegen Oh Aua Nein Shit Alter Ich finde auf dieser Map Muss man auf jeden Fall Ein Schallnämpfer mitnehmen 16 zu 10 Mir ist das so peinlich Alter Jetzt ohne Scheiß 17 zu 10 Alter Mir ist das richtig peinlich Ich fühle mich echt unsicher gerade Bestimmt haten mich die Leute jetzt Und sagen Mann ist der nie blöd Der kann doch gar nicht spielen Ich schaue mir sein Roaddokument Nicht mehr an Aber wenigstens gewinnt mein Team Das ist wenigstens ganz gut Also ich carry schon das Spiel Also ich helfe meinem Team schon zu gewinnen Solange ihr positiv seid Hilft ihr immer Solange ihr einmal negativ werdet Hilft ihr nicht mehr Komm her Oh mein Kill wurde geklaut Sucht ihr dann einen Kills Alter Kennt ihr das Ihr schießt euer ganzes Magazin Auf den Gegner Und den letzten Zeffer Den letzten Hauch Den der Gegner noch braucht Um zu sterben Macht euer Teammate Und er kriegt den Kill Und ihr einen Assist Vor allem suchen Und zu stören Ist das übel Nervlich Alter Wo sind die Wo sind die Da ist einer Habt ihr noch aus dem linken Augenwinkel gesehen Habt sofort drauf geschossen Alter Easy Locker Oh mein Gott Ich hör welche Aber ich Ah ok das ist noch mein Teammate Ja wegen der Konterdrohne Das ist das Oh wir haben gewonnen Ok wir haben gewonnen Mal sehen wir die Kill Oh Killcam Oh Gold Ja nicht schlecht ne Wisst ihr was Ich hab noch Bock auf Noch ein Spiel Ich mach mal noch ein Spiel Für diesen Part Aber nur weil ich Wirklich schlecht spiele Würde ich jetzt richtig geil spielen Und so Ihr wisst Bescheid Wie ich eigentlich sonst immer spiele Ähm Oh der hat eine 5,25er Karte Jetzt bin ich voll eifersüchtig Alter Bin voll eifersüchtig Jetzt Alter Nicht schlecht ey Ähm Wir spielen noch ein Spiel Allerdings Aber nur weil ich Wirklich schlecht spiele Und das soll als Entschädigung sein Weil wie gesagt Ich fühle mich wirklich Nicht gut so ne Ihr wisst Bescheid Ähm Jo Lass uns mal in Freifualle nachjoinen Beitreten Freifualle ist übrigens mein Lieblingsspielmodus Und diese Map ist auch sehr gut Aber allerdings Ist es nicht so schlau Jetzt Freifualle zu spielen Weil ähm Vollstreckung wurde autorisiert Oh das war ne knappe Geschichte Alter Was ist Oh da ist ein Sniper Von hinten Von hinten Nein Da ist einer Da ist einer Das sind alle irgendwie Was machen die da einmal Immer an diesem Ort Kein Plan Alter Ist der Ort so begehrt Shit ich bräuchte jetzt hohe Killstreaks Sonst werde ich wahrscheinlich nicht einholen Mann Alter Wo sind die denn alle Da Wieso gehen die Sniper eigentlich immer da hin Oh mein Gott Wenn der mich geht jetzt Glück gehabt alter Jetzt ohne Scheiß Da ist es immer gut Ein Blitzschlag reinzusenden Auch wenn Freifualle Blitzschlag nicht so Oh shit Mist der führt einfach so stark Ey Der führt einfach so gut Shit Ich brauche hier einen einzelnen Kill Um aufzuholen Ja dann immer wenn ich sterbe Ja verliere ich einen Kill Und dann ist die Wahrscheinlichkeit Aufzuholen noch geringer Nein Ja easy Lockerflogig aus der Hüfte Ich mag diesen Ort hier Ich fühle mich hier ziemlich Obwohl Es gibt einen Ort Da fühle ich mich noch sicherer Und zwar ist es da hinten der Ort Weil da alles spawned sind Oh shit Was anderes bleibt mir jetzt nicht üblich Außer weg zu rennen Ja dieser Lernt spielen Mich pisst es an Dass die Waffe einfach nicht in der Lage ist Mit einem Burst zu killen Was ist dann so schwer Geht das denn nicht Wo ist das Problem alter Wisst ihr was Ich gehe da hinten hin Da ist die Meister Action los Und ich fühle mich hier ein bisschen Ne hier ist einfach zu wenig los irgendwie Oh shit alter Scheiß Sniper Hoffentlich spawn ich jetzt da Nein ich spawne wieder hier Und der Sniper wird sterben Weil er so dumm ist Und sein ganzes Leben hier verbringt Nein Du Pisser Oh mein Gott Ich bin nicht in der Lage aufzuholen alter Weil immer etwas blödes passiert Ja das passiert jetzt hier dir recht Du scheiß Sniper Lernst spielen Eigentlich müsste hier einer spawnen Und hier immer hochkommen Das ist immer so der Fall Irgendwie juckt alles gerade Ja Schaff ich nicht mehr aufzuholen Unglaublich wie schnell der Typ ist Alter Der hackt doch alter Ach ja Jetzt mach den 360 oder was Respekt Digga Ich will auch mal so werden wie du Wenn ich groß bin Shit Boah diese Sniper Die gehen so ein Auf den Pisser ne Das ist übrigens mein Lieblingsort hier Also meistens Pick ich sie dann immer hier ab Und da hinten auf dem Flugzeug Aber jetzt ist einer links von mir Länge rechts von mir Überall hinter mir In meinem Arsch Die sind einfach überall Ja cool Den du dir ausgesucht hast Such dir einen am besten Ort Ihm fehlen noch 2 Kills Und mir fehlen noch 30 minus 20 macht 11 11 Kills fehlen mir noch Definitiv Nein hinter mir Das bohren die hinter mir Das ist voll scheiße Der ist Dieser Ort Wo ich gerade bin Ist das Schlimmste Den es hier gibt Im ganzen Spiel Und dann braucht noch Einen verfickten Kill Lässt er mir Wow Mit einem Burst Alter sogar Oh mein Gott Mit so einem Lacker Okay Ich hab doch noch ein Kill Ich hab doch noch drei Okay Fuck, 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 ich war zu aufgeregt, ich hätte nicht das I-Chip bekommen müssen. Okay. auch mein gott alter ok leute ich will mich für seine schon hat euch der party gefallen und hätte dir gedacht habt ihr gedacht ich gewinne noch oder habt ihr gedacht ich gewinne nicht mehr bewertet das video auf jeden fall mit dem daumen nach oben und abonniere jetzt mein kanal um ein snicker sei es crew member zu werden dann sage ich doch noch tschau tschau ich weiß wie es weiß wie es weiß wie zu besterben bestimmt klappt es so ich weiß ich glaubst du mein portal geht durch da hin zu wenn ich wirklich auf MM1 1 1